Für Frieden und Völkerfreundschaft! Seid bereit! Immer bereit! Aktienkinder! Vollzeit! Auf die Freiheit der Völker! Auf die Freiheit! Gestern Nacht mussten die aufständischen Ungarn in ihrem Kampf um Freiheit tragische Verluste hinnehmen. Hört mal alles! Wir machen eine Schweigeminute! Den Angedenken der gefallenen undarischen Genossen. Ich bin's jetzt völlig cool. Ich will wissen, was hier gespielt wird. Was ist hier los? Ich will wissen, was hier los ist! Es geht um die Schweigeminute, die ihr vor einigen Tagen im Geschichtsunterricht veranstaltet habt. Warum habt ihr gespielt? Ihr habt euch als Freidenker zu erkennen gegeben. Ihr seid jetzt Staatsfeinde. Volksbildungsminister Lange persönlich ist heute unser erst. Ich verlange binnen einer Woche die Namen der Redelsführer. Ansonsten wird die gesamte Klasse vom Abitur in der ganzen Republik ausgeschlossen. Wir halten ja alle zusammen, dann können die uns nix! Du wirst ihm nicht wegen sowas dann in der Zukunft versorgen. Der Teufel, weißt du, wenn die Sehschicht schon aufhört? Sag's mir jetzt! Wer diesen ganzen Kram angezettelt hat? Verdammt doch mal! Wir waren die Redelsführer. Wir wollten sie gegeneinander ausspielen, ist doch klar. Du hast den Verrat, Blutschein! Ich brauche einen Namen! Nur einen! Du hast den Verrat, Blutschein! Du hast den Verrat, Blutschein! Du hast den Verrat.